Der Übertrend für mich ist der gesamte Bereich der Energie und zwar sowohl grüne Energie als auch fossile Brennstoffe. Wie lang das letzte Kapitel der fossilen Brennstoffe ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass für die nächsten Jahre Green Tech und weniger Green Tech ein ganz großes Thema ist. Und Rohstoffe würde ich mit dazu nehmen, weil einfach die Infrastrukturpakete immer noch das einfachste Mittel ist für viele Staaten. Das werden wir sowohl in China als auch in den USA als auch in Europa erleben, dass hier sehr viel investiert wird.